Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Jakob Hasweg, ich bin Chefarzt der Klinik für Hämatologie und das Thema heute sind Chimere Antigenrezeptor T-Zellen, abgekürzt CAR-T, erste Erfahrungen. Nun, das klingt kompliziert und ist es auch und deshalb wollen wir versuchen, schrittweise an dieses Thema heranzugehen. Es geht darum, Abwehrzellen zu verwenden im Kampf gegen Krebserkrankungen und die CAR-T, das sind gentechnisch veränderte Abwehrzellen. Was wir hier sehen, sind die Einrichtungen, die wir am Unispital haben, um Abwehrzellen zu züchten und sie zu vermehren, um sie einzusetzen im Kampf gegen Tumore bei Patienten. Es braucht ein sogenanntes Reinraumsystem, damit die Zellen geschützt sind vor Infektionen mit Bakterien und Viren. Und ihr seht, wie das hier aussieht. Die Räume haben verschiedene Stufen, wo man sich von reiner zu noch reinerer Stufe hin und her bewegt. Auf dem nächsten Dia sehen Sie so Geräte, die dort verwendet werden. Unten links ein Gerät, das man braucht, um Abwehrzellen aufzureinigen. Oben so ein Schüttelgerät, das dazu verwendet werden kann, die Zellen so zu versorgen, dass sie nicht absterben, sondern überleben und wachsen können. Und unten sehen Sie Wachstumskurven unter verschiedenen Bedingungen. Wir brauchen das für natürliche Killerzellen. Und dieses Schüttelgerät ist eigentlich so ein Bioreaktor. Jetzt haben wir die Vermehrung von natürlichen Zellen miteinander angeschaut. Und jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Jetzt wollen wir diese Zellen gentechnisch verändern. Hier ein kurzer historischer Abriss. Herr Eschar, ein Israeli, hat als erster diese chimären, gentechnisch verändernden Zellen erfunden, quasi 2001. Am Patienten dann richtig angewendet wurden sie von Carl June. Sie sehen diese beiden Menschen da. Das ist alles sehr schnell gegangen. Von 2001, 2013 und 2018 gab es diese Zellen erstmals quasi zu kaufen. Nun, wie funktionieren diese Zellen? Auf der linken Seite sieht man eine normale Abwehrzelle, die heißen T-Zellen. Und die haben eine Andockstelle, das ist das blaue. Und die erkennen auf der Tumorzelle, das ist die grüne, irgendein Charakteristikum. Und natürliche Zellen können Tumorzellen angreifen. Aber das ist meistens nicht ganz so einfach, weil Tumorzellen sind ja auch Eigengewebe. Und deshalb haben die wie eine Art gewissen Schutz vor Angriff. Auf der rechten Seite sieht man jetzt eine K-T-Zelle. Da ist die gleiche Abwehrzelle, aber anstatt ihrem normalen blauen Rezeptor haben sie jetzt einen künstlichen Violetten, der genau darauf geeicht ist, die kleine rote Struktur, die auf der Oberfläche der Tumorzelle ist, zu kennen und anzugreifen. Nun, wie machen wir das praktisch? Was wir auf der linken Seite sehen, ist ein Antikörper. Das ist unsere normalen Abwehrkörper, die wir haben, auch zum Beispiel gegen Coronavirus. Auf der rechten Seite, diese Struktur haben Sie schon gesehen, das ist der T-Zellrezeptor, der natürliche, der vorkommt. Und was jetzt der CAR ist, der chimäre Antigenrezeptor, das ist ein Gemisch, nämlich das Graue von der linken Seite, ist kombiniert mit dem Orangen und dem Roten von der rechten Seite, so dass der Greiferteil vom Antikörper die Zielstruktur erkennt und in die Zelle hinein signalisiert, wie wenn es eine Killerzelle wäre, also eine T-Lymphozytenzelle, und damit diese Zelle aktiviert und dazu anregt, die Zielstruktur umzubringen. Nun gibt es verschiedene von diesen CARs. Die erste Generation, das war Zeitpunkt 2001. Das hat nicht ausreichend funktioniert, so dass man sie komplizierter machen musste, damit sie besser in die Zelle hinein signalisieren. Und ihr seht, zurzeit sind Zweit- und Drittgenerationprodukte verfügbar. Nun, gegen welche Zielzelle tut man die anwenden? Wir brauchen die gegen gewisse Leukämien und Lymphome. Und ihr seht hier eine Entwicklungsreihe von B-Lymphozyten. Das sind auch Abwehrzellen. Das sind die, die Antikörper bilden. Die können aber auch zu Tumoren sich umbilden. Und in jedem Entwicklungsstadium können sie wieder einen anderen Tumor machen. Ihr seht das unten aufgeführt. B-Akute lymphatische Leukämie, das sind die Tumoren der ganz unreifen B-Zellen. Dann B-Zell-Lymphome der reiferen Zellen und Myelome der ganz reifen Zellen. Ihr seht oben eine Ausbreitung der Oberflächenstruktur, zum Beispiel das CD19. Und das CD19, das ist eine Oberflächenstruktur, die bei ganz vielen von diesen Zellen vorhanden ist, bis fast zur ganzen Ausreifung. Und darum haben die Tumore, die von diesen Zellen abstammen, ein CD19 auf der Oberfläche. Und darum hat man gesagt, T-Zellen so umzubauen, dass sie CD19 erkennen, ist eine gute Angelegenheit, weil damit kann man verschiedene B-Zell-Tumoren bekämpfen. Nun, wie läuft das praktisch? Ihr seht hier oben den Herrn im hellblauen Kittel. Der ist Patient mit einem B-Zell-Lymphom, zum Beispiel. Dem werden seine Abwehrzellen gesammelt. Die Abwehrzellen werden aktiviert. Dann werden sie mit einem Virus versetzt, der diese künstliche Gene in diese Abwehrzelle hineintragen. Dann werden diese Zellen vermehrt in einem Labor, wie wir vorher gesehen haben. Und dann werden sie zurückgeschickt ans Spital. Und dort bekommt der Patient diese Zellen, nachdem er vorher eine Chemotherapie bekommen hat, um Platz zu schaffen für die neuen Zellen. Nun, das ist ein Bild von unserer Apherese-Einheit. Das ist der Ort, wo die Zellen gesammelt werden. Das heißt, die Patienten werden an eine Maschine angeschlossen. Das Blut geht durch die Maschine. Die Abwehrzellen werden eingefangen. Dann gehen die Zellen ins Labor runter, wo sie eingefroren werden. Und dann in gefrorenm Zustand verschickt werden für die Produktion. Hier seht ihr Transportgefäße, die verwendet werden zum Lagern und zum Verschicken der Zellen, sodass sie keinen Schaden nehmen. Wenn sie dann an der Firma angekommen sind, die diese Umwandlung macht, dann werden diese Zellen aktiviert. Sie werden mit Viren versetzt. Es gibt verschiedene Sorten Viren. Ihr seht hier die roten und die grünen. Weil es auch unterschiedliche Produkte gibt. Die werden dann mit diesen Viren nach der Versetzung expandiert. Das ist das dritte Bild. Dort seht ihr verschiedene Arten, wie expandiert werden kann. Und am Schluss werden sie gesammelt, in einen Beutel gesteckt und zurückgeschickt, in gefrorenem Zustand wieder. Hier Bilder von solchen Laboratorien, wo solche Expansionen stattfinden. Die sind viel grösser als unser kleines in Basel, weil die quasi kommerziell herstellen, diese expandierten Zellen. Unten rechts noch einmal so ein Virus. Ihr seht, er sieht fast aus wie der Coronavirus. Ist aber ein spezieller Virus, der die Gene einschleust in die Lymphozyten, damit sie nicht mehr normale T-Zell-Rezeptoren bauen, sondern eben diese chimären Antigen-Rezeptoren. Dieses Gemisch, das bedeutet ja das Wort chimär, aus einem T-Zell-Rezeptor und aus einem Antikörper. Nun, am Schluss kommt in der Klinik dieser Beutel an mit den Zellen. Und das hat am Anfang einen riesen Enthusiasmus ausgelöst, weil bei jungen Patienten mit akuter Lymphoblasteren-Leukämie, die schon auf andere Behandlungen nicht mehr angesprochen haben, hat man in einem hohen Prozentsatz ein Ansprechen erreicht und viele von denen sind geheilt worden. Die Patienten, die diese Behandlung bekommen, die werden auf der Isolierstation in Basel aufgenommen und sehen, das sieht dann etwa so aus, wo die Leute in einem Einzelzimmer sind und die Behandlung bekommen. Als erstes werden sie untersucht, dann bekommen sie eine Chemotherapie, dann werden die Zellen aufgefroren, aufgetaut und gegeben. Nun, diese Zellen sind wie lebendige Medikamente, die können sich ausdehnen im menschlichen Körper und die Chemotherapie, die man vorher geben muss, das ist hier gezeigt, wieso die nützlich ist. Die schwarze Ausdehnungskurve ist die Ausdehnungskurve ohne vorherige Chemotherapie, die rote nach Chemotherapie. Das heißt, wenn man Platz schafft für die neuen Zellen, können diese neuen Kämpferzellen schneller wachsen und sich schneller ausdehnen. Es gibt aber auch erhebliche Nebenwirkungen, die wir hier besprechen müssen. Die Patienten bekommen ja Abwehrzellen und die können auf eine Art überreagieren. Die können Bodenstoffe freisetzen, die eine starke Entzündung auslösen. Und ihr seht hier einen Verlauf mit dieser roten und schwarzen Kurve, die zeigt diese Aktivität dieser Entzündung, etwa zwischen Tag 5 und Tag 10 nach der Gabe. Und unten seht ihr einen Mann mit verschiedenen Organsystemen. Es können ganz verschiedene Organsysteme betroffen sein durch diese Entzündungsreaktion. Etwas, was sehr gefürchtet ist, ist die Überentzündungsreaktion auf Gehirnniveau. Es kann zu einer Gehirnschwellung führen und die Patienten werden angehalten, täglich Schriftproben abzugeben. Und ihr seht hier unten, die erste Schriftprobe ist gut, die zweite nicht, die dritte wieder, weil dann hat man diese Entzündungsreaktion mit entsprechenden Medikamenten behandelt. Die kann man fast immer in Ordnung bringen mit Medikamenten, die wir aber nur geben, wenn diese Entzündungsreaktionen auftreten. Wieso geben wir die nicht von Anfang an? Weil eigentlich wollen wir ja, dass diese Zellen, die neu gegeben worden sind und die auch sehr teuer sind, in Patienten sich ausdehnen und möglichst viele werden, damit sie die Tumorzellen bekämpfen können. Ihr seht hier ein Beispiel von einem Basler-Patienten. Da hat sich quasi eine Vertausendfachung der künstlichen Zellen ergeben. Das ist, und darum nennt man das ein lebendiges Medikament. Das heisst, man gibt eine bestimmte Anzahl Zellen, aber dann wachsen die im Patienten weiter und vervielfachen sich. Und dieser Patient hat eine schwere Entzündungsreaktion erlebt, deshalb hat man Medikamente gegeben, die diese dämpfen. Und dann hat sich auch die Anzahl dieser vermehrten Zellen etwas vermindert. Aber ihr seht, dass 120 Tage nachher hat er immer noch im Blut von diesen künstlichen Zellen und seine Lymphomerkrankung ist im Moment weg und wird möglicherweise nie mehr wiederkommen. Nun, diese KT-Therapie ist so erfolgreich gewesen, dass es wie eine Art Boom gegeben hat. Ihr seht hier, seit das im Sommer 2019 verfügbar geworden ist in Europa, das sind europäische Daten, hat sich die Anzahl Behandlungen massiv erweitert. Das hat auch damit zu tun, dass sie Erfolg haben. Der Erfolg ist aber nicht hundertprozentig. Ihr seht hier die Überlebenskurve. Die obere ist die Kurve von den Patienten, die angesprochen haben, die untere Kurve von allen Patienten. Und ihr seht, das heilt etwa 40% der Patienten in dieser Studie und in der nächsten Studie ähnlich. Das heisst, es wird nicht jeder geheilt. Aber das sind Krankheiten, die vorher unheilbar waren. Und da ist das doch ein erheblicher Fortschritt. Nun, es gibt verschiedene Sachen, wieso es nicht funktionieren kann, verschiedene Ursachen. Und das ist auf diesem Dia gezeigt. Links steht Car Failure. Das heisst, man konnte sie nicht herstellen. Die Zellen expandieren nicht in der Kultur. Man konnte sie nicht sammeln. Da gibt es einen Grund, wieso es nicht funktioniert. Im orangen Schnitt steht Antigen-Modulation. Das heisst, zum Beispiel die Tumorzellen, die ja CD19 auf der Oberfläche haben. Plötzlich verschwindet das CD19 und dann haben sie das nicht mehr. Das heisst, die Zielstruktur für die Abwehrzellen ist verloren gegangen. Dann im Grauen, da steht Car Toxicities. Das heisst, die können Nebenwirkungen machen, die Zellen. Und dann muss man sie bekämpfen, damit sie nicht überschießen. Manchmal, wie beim Patient vorher, bleiben sie trotzdem erhalten. Manchmal verschwinden sie aus der Zirkulation. Und ganz rechts, das sind neue Herausforderungen, zum Beispiel Tumoren im Gehirn. Andere Tumoren als die der B-Zellen. Das heisst, andere Zielstrukturen als zum Beispiel das CD19. Nun, wie wird es weitergehen in den nächsten Jahren? Neue Zielstrukturen, nicht nur das CD19 eben. Neue Krankheiten, das nächste, das kommen wird, ist die Myelomerkrankung. Car Pools, das heisst, das Mischen von verschiedenen Car Zellen, damit sie besser angreifen können. Und dann eben auch diese Ausweitung auf diese Therapie auf weitere Krankheiten. Als letztes möchte ich noch dieses Dia zeigen. Zeigen, ihr seht oben eine KRT-Zelle, oben links, die hat als Zielstruktur CD19 und die wird alle Zellen umbringen, die CD19 haben, aber eine Tumorzelle hat kein CD19. Auf der rechten Seite seht ihr eine zweite KRT-Zelle, die bringt alle Tumorzellen um, die das CD22 auf der Oberfläche haben. Und die bringt demzufolge zwei der drei Zellen um, aber eine, die das nicht hat, bringt sie nicht um. Jetzt machen sie unten einen Car Pool, das heisst, sie mischen KRT-Zellen, die CD19 angreifen, und CD22 und dann haben sie damit einen besseren Effekt. Das sind Wege in die Zukunft. Damit möchte ich schliessen und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Und dann können Sie für Ihre Aufmerksamkeit danken. Und dann können Sie auf der rechten Seite mit der Karte schliessen. Vielen Dank.